Hallöchen! Ich möchte euch kurz zeigen, welches Produkt ich hier entdeckt habe. Und zwar gibt es jetzt den Iglu Spinat, auch in vegan. Ja, hier mit Alpro Sahne, vegan. Sehr super, ich freue mich darüber. Der köchelt hier bei mir. Ich habe mir so ein bisschen heiß eine kleine Portion gemacht. Das ist ganz praktisch, ich schiebe die mal runter. Weil da sind hier in diesem Pappkarton so kleine Briketts drin, oder wie sag ich da? Ja, man kann die portionsgerecht entnehmen. Und da hinten habe ich in meinem Dampfgartopf noch Salzkartöffelchen drin. Ja, die werden da einfach perfekt, weil die Kartoffeln, die sind nicht direkt im Wasser. Und die schmecken super. Ich habe ein bisschen Kräutersalz rübergegeben, weil wir waren heute wandern und ich brauche ein bisschen Salz. Jo, das richte ich mir mal an. Okay, so sieht das jetzt aus. Ja, ich esse das gerne, so einfaches Essen. Ich habe mir noch ein bisschen Muskat darüber gegeben, über den Spinat. Und ich werde das auch mal probieren und schreibe es euch unten in den Kommentaren, wie das schmeckt. Ja, ich teste diesen leckeren Spinat für euch, den es jetzt auch gibt in vegan. Okay, das ist sehr lecker. Also das freut mich jetzt wirklich, dass es diesen Spinat gibt. Sehr heiß. Obwohl es heute so heiß ist, ich habe das Bedürfnis, was Warmes zu essen. Like. Gebt mir ein Like. Tschüss.